222, 224, 225 und 226. Doppelbizeps. Doppelbizeps. Glatissimus. Seitliche Brustpose. Doppelbizeps Rückenansicht. Gleiches. Doppelbizeps. 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 Seidige Trizepspunkt. Bauch und Bein. Dankeschön. Ein Zweitervergleich ist erwünscht. Und aus diesem Grund bitte ich nach vorne die Standnummer 212, 213, 214, 217 und die 235. Doppelbizeps. Blattissimus. Beine. Seitliche Brustpose. Doppelbizeps-Rückenansicht. Blattissimus. Seidliche Trizepskose. Bauch und Bein. Garne. Ja. Dankeschön, meine Herren. Bein. Spannung, Wandel. Hallo. Doppelbizeps. Genau. Okay. Blattissimus. Ich bin jetzt gerade noch in den Weg. Lachen! Seifige Brustpose. Genau. Der Bauchhammer! Feinbizeps. Arme. Der Bauchhammer. Der Bauchhammer. Da ist ein Rücken. Ich gucke mal, wie weit das von Paderborn erweckt ist. Ja. Blattissimus. Ja, ist so. Ich komme da ganz normal rein, oder? Seifige Trizeps-Pose. Da muss man die Beine schoben. Also, den Bauchhammer! Auf den Basen! Das sind die Basen. Bauch und Beine. Ja. Bauch und Beine. Dankeschön, meine Herren. Wir dürfen alle zusammen eine Ingetüte nach vorne kommen.